Operation noch gar nicht eine Fünftige Mokko also wir müssen uns anstrengen damit das Land Duell 4 gegen 4 am anfang und danach wieder 4 gegen 4 wieder 4 gegen 4 das ist alles klar also wir sind ein Team in der Mann kann sich von uns geht darum möchte ich die meisten Kälte bis 11 4 gegen Prozent die anderen Bestandtein das wäre der Ausgabe der Entdeckung Broterschein etwas von Ausrüstung auswählen wie könnte ich das machen Jungs ich hab ne graue Pistole, ich gewinn. Digga ich hau alter. Was willst du tun? Ghost Shadow. Ja moin ich wollt grad Ghost sagen. Willkommen Ghost Agent. Oh shit. Okay Jungs 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 Jungs. Jungs wir müssen uns anstrengen. Diese Ruby alter die sieht irgendwie aus wie ne Putzfrau. Ja. Ey es gibt ein Skin von Ninja. Ja. Wenn ihr jetzt auch nen eigenen Tanz bekommt. Irrenlos oder? Guck mal Malte no Skin. Ich will auch nen eigenen Skin haben Malte. Ja ich auch. Shit. Ich hab meinen eigenen Skin drauf. Ich hab auch meinen eigenen Skin drauf. Hahaha. Geil. Paul ist ne Frau. Jo. Nego ist ne Banane. Äh. Trudolf ist ne Banane. Malte ist äh. Ben. Und ich bringe jungs Jungs. Jungs anstrengen. Anstrengen. Achtelfinale. Pfannkuchen Festo. Achtung. Tag auswählen. Äh was. Äh. Äh. Hier die MP. Ey. Paul ich musste die Downgrade Pump gun nehmen. Die geben mir nix anderes. Ich auch. Du kannst ja wechseln. Aber gut. Ich hab die Ding. Ich hab die Ding Schrotflinte. Die Malte unbedingt will. Aber ich kann keine Sachen wegschmeißen. Leider. Ich hab auch die Downgrade Pump. Wir werden so haushoch verlieren. Wir haben Downgrade Pumps. Aber in blau. Äh. Wollen wir das einfach mal campen? Oder richtig rein? Jungs. Direkt rein. Direkt rein hier. Äh. Wenn man stirbt kann respawnen gell? Okay Jungs. Einfach nicht sterben. Sagt einfach das wollt ihr nicht. Ich bin gestorben alter. Die haben die erste Eliminierung. Wollt euch mein Unentschieden ist. Haben die gewonnen. Äh. Nicht so gut. Ich bin scheiße. Fuck. Jungs ich helfe euch nicht. Weil ich euch nicht sehe. Erbenaktion an der Stelle. Ich bin hier unten irgendwo. Der Ninja Skin hat mich. Ey Junge. Habe einen. Habe einen. Easy. Ich hab auch einen. Okay ich geh 3-3. Leute. Der Ninja Skin hat mich. Jungs warum hab ich die scheiß Downgrade Pump. Das regt mich auf. Ich hab den fucking MP. Okay ich hab noch einen von den Viechern. Viechern. Die Türen gerade noch. Auf 1. Der hat alles. Hab nein. Oh der war nice. Der geile da. Der Ninja Skin kam wieder von hinten. Auf ehrenlose Brassels. Ich hab 19 HP. Der ist fast tot der 8-Ball Skinner. Der hat sich auch eine MP gegönnt. Der Hund. Nein. Der 8-Ball Skinner. Leute Leute Leute. Wir haben. Nein. So knapp. So knapp. So knapp. Äh knack. Äh knapp. Moin Moin Leute. Try Leute Moin Maxi. Das ist ein Ninja Skin alter. WTF. Fakt. Hab den Ninja. Okay perfekt. Oh no. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Ich hab den Hedger verteilt. Paul. Warum baust du mich ein. Hey warum baust du mich ein. Hab den Juskin. Hab noch einen. Den 8-Ball. Nein ich bin so befindet diese Frau so nah. Oh ich. Ich hab den den Kill geschenkt alter. Wo ist die. Äh Paul sind so auf. Ne oder. Ja. Mach vielleicht noch eine neue Runde. Weil ich will das mal eine Runde einspielen oder so. Was zum Fick. Der hat mich denn eine schon. What der. Danke. Geiler. Der Battle Pass Aufstieg. Du bist doch nicht auf hier. Die Runde läuft doch. Das Teil eigentlich gleich ist okay. Ja. Ja. Ich hab ein paar geile Kills gemacht. Die würde ich gerne reinschneiden. Try Leute. Boy. Max here. Hab ihn. Ich hab ihn. Hab noch einen. Komm. Jungs. Jungs. Nicht sterben. Los. Ich versuch's. Ich versuch's. Bin fast tot. Ja. 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 Ich hab sogar noch einen gekriegt. Easy. Man bald die alten Waffen. Dann kommt immer mehr Waffen dazu. Und immer mehr Effekte. Die ist plötzlich blau im Ladoscreen oder die grünen. Äh. Ja. Das ist das Ding. So ist ähm. Ja moin. Ich bin tot. Ich bin am Anfang gleich mal gestorben. Die Niska. Jo die waren einfach zu dritt. Ja er hat drei Kills. Ja. Ja. Ich hab was mit nichts. Die sind besser als vier. Die sind Profis. Ich weiß nicht was ein Problem ist. Alter. Die sind Profis. Was ist das scheiße. Alter. Wir haben null. Äh. Schiss. 2. 3. Äh. 5. 3. Deutsch. Mathe. Eine Stärke. Nichts ist da eine Stärke alter. Ja. Denk ich mir langsam auch. Warum hat der denn Schild? Ja das ist Upgrade. Das ist scheiße. Das wird was. Volles Brett. Legistrierung. Wir haben zwei sechs. Äh. Zwei sechs vor uns. Aber. Dafür. Sind wir. Nur sechs hinter dem. Wow. 5. 4. 2. 3. Siehste. Leute. Guck. Durch meine Motivation. Sind wir gleich viel besser. Ist so. Wir haben. Wir haben. Wir haben richtig gut aufgeholt. Ist alles so. Alter. Ja. Wer baut. Wer. Ey. Digga. Hallo. Das bin ich. Easy. Ich hätte ne. Wir müssen aber mehr haben. Ja. Ist dann aufgefallen. Dass denn Peter nötig hat. Ja gar nichts können. Äh. Neue Banner. Wow. La 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 la. Der der Typ. Ja nein. Bei mir. Ja nein. Ja nein. Ja nein. Ja nein. Jetzt. 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 Okay. So müssen wir bleiben. Wir dürfen weniger haben als dich. Und da gleich viel. Ich hasse es wenn es Nacht wird. Alter. Hm. Meister greif an. Ich sehe keine alter. Die sind unten in deinem Haus da. Wir müssen noch ein Kill bekommen. Rüdiger. Werden first blood. Scheiße. Scheiße. Wir dürfen nicht weniger als sie haben. Da da da. Bei mir hat er gespornet. Nein. Paulus. Ja. Ich habe ihn auch noch nicht gedrückt. Ja. Nein. Halbe Sekunde. Hä. Warum. Warum. Es war unentschieden oder. Es war unentschieden. Ja. Aber die haben den ersten Kill gemacht. Weil man den ersten Kill hat. Es ist bei unentschieden Gewinner. Ja. Und wie ist das denn? Oh. Dann machen wir noch eine Runde. Ja man. Wir glauben an Till Martinsen. Oh. Oh. Oh wie cool. Ich hab direkt wieder die Pumpe. Ihr könnt wechseln. Ich hab fucking Granaten bekommen. Nährungsgranaten oder was? Nährungsminen. Oder normale Granaten. Nährungsminen. Ja gut. Die sind eigentlich anders. Ich hab einmal zu viel gewechselt. Und nur richtig. Oh. Ich hab ne Sniper. Schlecht. Halbautomatisches. Ich hab meine Klasse. Ich heile mich im Wasser. Man. Ich hatte zweimal die Downgrade Pump. Warum hab ich die nicht einfach genommen? Das hab ich jetzt. Ich hab ja mal spielen Pistole. Alter Alter. Ich bin hier hin. Ich hab kopfgesporn. Ich bin noch direkt runter geflogen. Komm wir brauchen den ersten Kill. Digga. Ich war der. Digga. Ich kann mich nicht wehren mit dieser Waffe. Ich nehme mal für die Pischl. Ich hab Brutus getötet. Brutus. Der Kameramann. Ich hab den Halal-Hanan Gamer getötet. Ich glaub das ist eine D. Die. Haram Gamer 69. Hanan Gamer. Aber der Haram. Achso. Lars weiß das doch Haram ist? Nee. Krieg die Schweinefleisch. Ja. Ich weiß eigentlich nicht warum. Warum umlegt alle anderen Tiere essen außer Schwein? Ja man ey man flieg. Digga. Schacke Sache. Mann ich hab diese scheiße Stipe. Warum. Mann. Warum hab ich die. Ey ich bock Brutus so hart weg. Warum hab ich mich nicht einfach zufrieden gegeben mit dem was ich gekriegt hab. Ich bin so scheiße. Lars hätte nicht sagen dürfen dass man wechseln kann Digga. Dreimal gewechselt. Zweimal die Down-Grab-Pump gekriegt und dann scheiße. Wer hat mich da ganz gerettet? Dankeschön. Danke für die Rettung ne. Also ich wär echt verreckt. 6.5 live zu. Als ob. Jetzt hab ich noch lebe. Als ob ich noch lebe. Als ob ich noch lebe. Als ob ich noch lebe. Mama. Jungs. Jungs. Vielleicht keine AR Munition mehr. Aber siehst du aus als würden wir verlieren. Ja. Ich glaub wir verkacken Alter. Nein Leute. Nein. Wir sind gestorben. 15 zu 8. Das schaffen wir. Ach das ist ein Gegner. Gut. Mich hat Hannah ein Gamer getötet. Shit Alter. Ach wir haben es geschafft. Junge. Wir haben mit dem Doppelten gewonnen. Und ich hab die halbe Runde nur meine Eier geschaukelt. Alter. Warte. Ich hab wisst wie viele Kills ich hatte. Das liest du next ohne auch noch. Das zählt alles zusammen glaub ich. Dann wirst du immer noch diese Anzeige. Leertaste. Um den Hängergleiter zu schließen. Geil. Beispiel gegen xx. Ninja. Kunde. Oh. Noobmaster 69. Ehrenwann. Und. Kripp. Noobbrei. Krippnobrei. Was haben wir eigentlich immer mit Noobbrei? Krippnobrei. Ja das sind. Du kannst eine Einstellung machen. Dass du anonym bist. Dann heißt es bei allen anonym einfach. Wo kommst du Analyse und Fleck. Wollt ihr damit flext. Nur dass jeder dann denkt. Oh fuck. Nein. Wir haben keinen Bock auf Freundschaft und Fragen. Und viel. Jo der hat mich mit der Ding weg. Äh der wird einfach haben. Alter. Ich hab den anderen der dich geholt hat. Den haben wir nicht verraten. 30 zu 21. Für uns. Ja ich hab grad gedacht. Das ging nach. Profil fallen. Ja ich hab dich mit dem. Ja. Und das ging an. Ich hab den. Ich hab den. Den einen habe ich noch gekriegt. Diesen Anonymen Typ ne. Sieg Viertelfinale. Oh Gott Gegen 101 Markus Kiko Lollov Äh Ich glaube ich habe Angst vor Kiko Lollov Ich habe Angst vor 101 Markus Ich habe Angst vor diesem Robotron unterstrich Der sieht so gefährlich aus Oh shit, der ganz mühe Reflex Halbfinale, wir schaffen das nicht Ich hab's nicht Sollte.. Come on, come on, come on, come on Heilung, Heilung, Heilung Ich hab's schon über Zeit Es gibt die Ding Über den Waffen die er bekommt, sie hat noch was drüber und da sind halt einfach irgendein Effekt dabei Das ist aber ich auf die Kumpel Hey Leute, ich schalte hier einen Orientierungspunkt frei Ich hab jetzt den Kontaktgranaten geholt »Granaten« »Ja, soll ich noch deutscher sagen, Alter?« »Lass ein episches Extremismus« »Kann man den ersten?« »Gluck ja« »Ja, 3.0« »Ja, 3.0« »Leist« »Las, klingeln wir aus« »Warum?« Nein, der Brutus bei dir hat 30 Sekunden. Dieses Scheiß-Shotgun ist so langsam, man kann. Paul, einatmen, ausatmen. Pfff, schlecht. Paul, ich verstehe deinen Leut. Ja, fucking, nein, ich bin... Oh, Jungs, ich bin im Haus. Hab ihn. Fuck, ich bin selbst tot. Brutus hat mich geholt. Ich hab... Ich hab falsch gedrückt, jetzt hab ich den Scheiß-Sniper ausgewählt. Warum wieder? Nein, nein, äh, im Inf. Oh, hab einen mit der Sniper-Gode. Boah. Die Runde einen Kill gemacht, du. Ich hab die Runde, keine Ahnung, wie viele Füße gemacht. So fünf. Jo, die wollen alle mich, Alter. Ich hab drei auf einmal killen müssen. Deutsch. So was wie dich hängt man in der Fachsprache, Mobbing-Opfer. Ja. Ich will nur kurz, ach, die landen hier alle bei den kleinen House-Sips-Kammern. Ja, ich verstehe auch nicht, warum. Man sieht doch die ganze Zeit, dass sie dann da stirbt, Alter. Ja, meine Kanade. Ich glaube, ich hab die Kanade. Ja, ich habe die Kanade. Ey, wir verlieren das locker. Junge, dieser eine, diese andere Bananen, ey, hier gerade, der ist selbst richtig abgetragt von mir. Glaube ich dir. Ich hab die gerade zwei Mal hintereinander immer getötet, als er versucht hat, bei mir zu landen. Ey, zuck mal, come on! Ich muss die dritte Mal töten. Nein! Umzug ist die Zone, die Zone. Was geht mit der Zone ab, Alter? Die Zone bockt nicht mehr so. Nein, mein Jetpack ist weg. Anstelle Hater würde ich sagen, die sind abgefacht. Ich hab 23 Kills. Erstmal hinsetzen. Halt's ab, halt's ab, halt's ab, Jungs! Okay, komm, jetzt kommen wir ins Finale. Oder erstens halbfinale? Gegen, nein, Finale. Oh, scheiße. Skrill 7, 8, 9, Alter. Schauels 2010. Der Ace 8, nee, der ist schon 10 Jahre alt. Der ist irgendwie voll krass, Alter. 2010. Ich kann mich doch genau in Silvester 2011 erinnern. Okay, ich hab einen übrig, komm mal. Ich nehm mal den Sniper. Och nee, och nee. Ja, grüßte all deine Waffen zu einem besseren Häufigkeitsgrad auf. Deutsch. Häufigkeitsgrad auf. Therapeutisches Schwimmen, regenerative Konditionen beim Schwimmen, ja, Mann. Therapeutisches Schwimmen, geil, Alter. Hey, die Bandagenkanone verbraucht nicht zwei Plätze. Ja, die verbraucht noch einen Platz. Ja, hab ich ja auch gesehen. Ich hab noch viel Munition. Okay. Seht ihr die anderen? Wir brauchen den ersten Kill. Der Rest ist egal. Nicht vorwaschen, nicht vorwaschen, nicht vorwaschen. Bleib finden, Rudolf. Nein, Rudolf, warum renzt auch vor? Durchgegeben, ich bin nicht vorgerollt. Ich wurde von Öl, was eliminiert. Ich bin nicht vorgerollt. Ach, leider. Wow. Guck mal, ich wurde nicht einmal getötet, hab drei Kills. Finde ich nicht ein Profi. Ich bleib mich einfach, während ich gerade runterfall in der Luft. Ja, von hafte Aktion. Jungs, Jungs, Jungs. Mhm. Der fliegt! Der hat einen Jetpack, genau wie ich, Alter. Wie unfair ist bitte dieses Jetpack, Alter? Deger! Wie lange hält das? Nein, der Typ ist so laut. Warte, ich klatsche, ich klatsche, ich klatsche, ich klatsche, ich klatsche, ich klatsche. Oh, Lars, meine Granate hat dir weggeklatscht. Die hatten den ersten Kill, ah. Mann. Ich werd getradet. Ich werd getradet. Scheiße, komm, Jungs. Was? Nein! Scheiße. Perfekt! Mal kurz. Nein! Alter, wer... Er würde euch nicht gestorben hätten, Alter. Nein! 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 Jungs, 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 Jungs! Noch ein Kill, noch ein Kill! Zwei! Zwei! Nein, nein, nein. Ah, fuck! Nika, GG! D Presse. T�. Tau.